Herzlich Willkommen meine Damen und Herren, wir befinden uns hier bei der Bergwirtin in der Maier-zur-Berg-Straße in Heid bei uns Földen. Und warum ich mich Heid aus dieser Außenstelle möge, ist ganz ein einfacher Grund. Wir haben da nämlich am Montag, den 16. September um 20.15 Uhr unsere erste Kulturbaustelle. Präsentiert wird das Ganze von dem Fernsehsender Kremstal direkt und wir bieten Ihnen dann die ultimative Talkshow mit Livemusik und Überraschungsgästen, die kulturell diesen Abend bereichern werden. Durchs Programm führt Adolf Fuschhandl, bin ich, und ich werde die Talkgeiste schonungslos und unheimlich direkt ausfratscheln, wie es halt als Hacker so mein Ort ist. Ja, unsere Talkgeiste sind beim ersten Mal kein geringerer wie der Burgermeister Manfred Baumberger von der SPÖ und der Stadtrat Gerhard Sandmeier. Und wir werden jetzt da nicht irgendein Wahlgewäsch machen, sondern die werden zu mir zu verschiedenen Privatbereichen schonungslos hinterfragt und einfach ehrlich antworten müssen. Anders geht's gar nicht. Für die Livemusik um Abend sorgt das Duo Schrägstrich und die haben einen ganz tollen Sänger, der heißt Forst Finger und schaut mir ziemlich ähnlich. Ja, wir haben ja noch geplant so einen Überraschungstaggast, der ein tolle Geschenk für das Publikum mit hat und das Ganze im Paket um 10 Euro. Also, Arsch in Tee und rechtzeitig die Karten sichern unter dem Motto, heute gehen wir wieder mal unter die Leute. Und das Ganze wird auch gefilmt und wird auch dann ins Netz gestellt und ist für einen Monat sichtbar. Wir freuen uns auf ihr kommen. Danke. Danke. Vielen Dank.